Radio SAW. Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Bananarama. Cruel Summer. Heiße Sommerstraßen und die Wohnungen brennen. Ich sitze rum und ich versuche zu lächeln, aber die Luft ist so schwer und trocken. Fremde Stimmen sagen etwas zu mir, Sachen, die ich nicht verstehen kann. Es ist zu eng, um Komfort zu empfinden. Die Hitze hat alles aus der Hand gegeben. Es ist ein brutaler, ein brutaler Sommer. Er lässt mich hier ganz allein. Ein brutaler, ein brutaler Sommer. Jetzt, wo du weg bist. Die Stadt ist überfüllt, aber meine Freunde sind weg. Ich bin alleine und ich kann es nicht handeln. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, aber ich muss es einfach laufen lassen. Es ist ein brutaler, brutaler Sommer. Er lässt mich hier ganz alleine. Ein brutaler, ein brutaler Sommer. Jetzt, wo du weg bist. Du bist immer da. Ich finde dich immer. Aber jetzt willst du allein sein. Vielleicht wartest du aber auf mich. Vielleicht bin ich doch deine Sonne. Ihr könnt diese Sonne immer scheinen lassen. Einfach klicken. Radio SAW.de Da sind alle Folgen drin. Von Was heißt das auf Deutsch? Hier aus der Classic Show. Auch bei Nanoramas Cruel Summer. Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Nur hier auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land. Da seid das auf speaker. Untertitelung des ZDF, 2020